Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Vorlesestunde von mir. Für die heutige Vorlesestunde habe ich mir wieder ein kleines Märchen von Hans Christian Andersen rausgesucht. In der vergangenen Vorlesestunde bzw. das letzte Märchen, das wir hatten, das war die Nachtigall. Und heute geht es um das Märchen, oder heute geht es um das Märchen vor, das hässliche junge Entlein. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Es war so herrlich draußen auf dem Lande. Es war Sommer. Das Korn stand gelb, der Hafer grün, das Heu war auf der grünen Wiese zu Haufen gesetzt. Und da ging der Storch auf seinen langen roten Beinen herum und plappete ägyptisch, denn diese Sprache hatte er von seiner Mutter gelernt. Ringsumher auf Ackern und Wiesen waren große Wälder und mitten in den Wäldern tiefe Seen. Ja, es war wirklich wunderschön da draußen auf dem Lande. Mitten im Sonnenschein lag ein altes Rittergut, von tiefen Kanälen umgeben. Und von der Mauer bis an das Wasser hinunter wuchsen große Klettenblätter. Die waren so hoch, dass kleine Kinder aufrecht unter den größten stehen konnten. Es war ebenso wild da drinnen wie in den dichtesten Wald. Und hier saß eine Ente auf ihrem Nest. Sie sollte ihre Jungen ausbrüten. Aber sie hatte es jetzt fast satt, denn es wehrte so lange und sie bekamen nur selten Besuch. Die anderen Enten mochten lieber auf den Kanälen herumschwimmen, als hinaus zu laufen und sich unter die Klettenblätter zu setzen und mit ihr zu schwatzen. Endlich platzte ein Ei nach dem anderen. Piep, piep, sagte es. Alle Eidotter waren lebendig geworden und steckten ihre Köpfe heraus. Pak, pak, sagte sie. Und dann rappelten sich alle, was sie nur konnten, und sahen sich nach allen Seiten unter den grünen Blättern um. Und die Mutter ließ sie sehen, so viel sie wollten. Denn das Grüne ist gut für die Augen. Wie die Welt doch groß ist, sagten all die Jungen, denn sie hatten jetzt freilich viel mehr Platz als früher, wo sie doch in dem Ei staken. Glaubt ihr, dass dies die ganze Welt ist, sagte die Mutter. Die erstreckte sich noch weit auf die andere Seite des Gartens hinaus, bis in den Pfarracker. Aber da bin ich niemals gewesen. Ihr seid nun auch noch alle da. Dann stand sie auf. Nein, ich habe noch nicht alle. Das größte Ei liegt noch da. Wie lange soll das denn noch dauern? Jetzt habe ich es bald satt. Und dann satt sie sich wieder. Nun, wie geht es? fragte eine alte Ente, die gekommen war, um Besuch zu machen. Es dauert so lange mit dem einen Ei, sagte die Ente, die brütete. Es will gar nicht platzen. Aber nun sollst du die anderen sehen. Es sind die schönsten jungen Entlein, die ich je gesehen habe. Sie sehen alle zusammen aus wie ihr Vater, der Schurke. Er kommt gar nicht zu Besuch. Lass mich einmal das Ei sehen, das nicht platzen will, sagte die Alte. Du kannst mir glauben, das ist ein Truthähnei. So bin ich auch einmal angeführt worden. Und ich hatte meine Not und Mühe mit den Jungen, denn ihnen ist bange vor dem Wasser, will ich dir sagen. Ich konnte sie nicht hinausbekommen. Ich rappte und schnappte, aber es hilft alles nichts. Lass mich das Ei einmal sehen. Ja, das ist ein Truthähnei. Lass es nur liegen und leere den anderen Kindern schwimmen. Ich will dort noch ein bisschen drauf sitzen, sagte die Ente. Habe ich nun so lange drauf gesessen, so kann ich auch noch ein paar Tage länger sitzen. Meinetwegen, sagte die Alte, und dann ging sie wieder. Endlich platzte das große Ei. Piep, piep, sagte das Junge und kroch heraus. Es war sehr groß und hässlich. Die Ente saß an. Das ist doch ein schrecklich großes Entlein, sagte sie. Keins von den anderen sieht so aus. Es wird doch wohl nicht ein Truthühnerküglein sein? Nun, dahinter wollen wir bald kommen. Ins Wasser soll es. Und wenn ich es selbst hineinstoßen sollte. Am nächsten Tag war herrliches, schönes Wetter. Die Sonne schien auf alle die großen Kletten herab. Die Entenmutter mit ihrer ganzen Familie kam nach dem Kanal hinunter. Platsch! Sprang sie ins Wasser. Park, park, sagte sie. Und ein Entlein nach dem anderen plumpste ihr nach. Das Wasser schlug ihnen über dem Kopf zusammen. Aber sie kamen gleich wieder in die Höhe und schwammen ganz prächtig. Die Beine gingen von selbst und alle waren hier drin. Selbst das hässliche, graue Junge schwamm mit. Nein, eine Truthenne ist das nicht, sagte sie. Sieh nur, wie schön es die Beine gebraucht. Wie gerade es sich hält. Es ist mein eigenes Kind. Im Grunde ist es doch ganz schön, wenn man es genau betrachtet. Park, park, kommt jetzt mit mir. Dann will ich euch in die Welt einführen und euch im Entenhof vorstellen. Haltet euch aber immer in meiner Nähe, damit niemand euch tritt. Und nehmt euch vor der Katze in Acht. Und dann kam sie an den Entenhof hinein. Es war ein schrecklicher Lärm da drin. Denn dort waren es zwei Familien, die sich um meinen Aalkopf zanken. Und schließlich bekam ihn doch die Katze. Seht, so geht es in der Welt so, sagte die Entenmutter. Und leckte sich den Schnabel, denn sie wollte den Aalkopf auch haben. Braucht nun die Beine, sagte sie. Rappelt euch und verneigt euch vor der alten Ente da hinten. Sie ist die vornehmste von Ihnen allen hier. Sie ist aus Spanischen geblüht. Daher ist sie so dick. Und wie ihr seht, hat sie einen roten Lappen um das Bein. Das ist ganz außerordentlich schön. Und die größte Auszeichnung, die eine Ente zuteil werden kann. Das bedeutet so viel, dass man sie nicht übersehen will und dass sie von Tieren und Menschen gekannt werden soll. Rappelt euch. Die Füße nicht einwärts setzen. Ein wohlerzogenes Entlein setzt die Füße weit auseinander, so wie Vater und Mutter. So beugt nun den Hals und sagt, Pack. Und das taten sie auch. Aber die anderen Entlein ringsherum sahen sie an und sagten ganz laut, Ach herrje, sollen wir die Gesellschaft auch noch haben? Als ob wir nicht schon genug wären. Und pfui, wie das eine Entlein aussieht. Das wollen wir ihr nicht dulden. Und sogleich flog eine Ente hin und biss es in den Nacken. Lass es in Ruhe, sagte die Mutter. Es tut ja niemandem etwas. Ja, aber es ist so groß und so sonderbar, sagte die Ente, die gebissen hatte. Und darum muss es gepufft werden. Die Mutter hat schöne Kinder, sagte die alte Ente mit dem Lappen um das Bein. Alle sind sie schön, bis auf das eine. Das ist nicht geraten. Ich wollte, sie könnte es noch einmal machen. Das geht nicht, euer Gnaden, sagte die Entenmutter. Es ist nicht schön, aber es hat ein herzensgutes Gemüt und schwimmt so vorzüglich wie nur eins von den anderen. Ja, ich möchte sagen, noch ein wenig besser. Ich denke, es wird sich hübsch herauswachsen oder mit der Zeit ein wenig kleiner werden. Es hat zu lange im Ei gelegen und daher nicht die richtige Gestalt bekommen. Und dann zupfte sie es im Nacken und glättete sein Gefieder. Es ist überdies ein Ente, sagte sie. Und daher macht es nicht so viel aus. Ich glaube, er wird gute Kräfte bekommen. Er schlägt sie schon durch. Die anderen Entlein sind niedlich, sagte die alte. Tut nun, als wenn ihr zu Hause wäret. Und wenn ihr einen Aalkopf findet, so könnt ihr ihn ihr mehr bringen. Und dann waren sie wieder wie zu Hause. Aber das arme Entlein, das zuletzt aus dem Ei gekrochen war und so hässlich aussah, wurde gebissen, gepufft und gefoppt, und zwar von den Enten wie von den Hühnern. Es ist so groß, sagten sie alle. Und der Truthahn, der mit den Sporen geboren war und daher glaubte, dass er Kaiser sei, blies sich auf wie ein Fahrzeug mit vollen Segeln, ging gerade auf das Entlein los und kollerte dann und bekam einen ganz roten Kopf. Das arme Entlein wusste gar nicht, wo er stehen und gehen sollte. Es war so traurig, weil es so hässlich aussah und zum Spott für den ganzen Entenhof wurde. So ging es den ersten Tag. Und später wurde es schlimmer und schlimmer. Das arme Entlein wurde von allen gehetzt. Selbst die Geschwister waren so hässlich gegen den kleinen Bruder und sagten immer, wenn dich die Katze doch nur holen wollte, du gräuliches Tier. Und die Mutter sagte, wenn du doch nur weit weg wärst. Und die Enten bissen und die Hühner pickten nach ihm und das Mädchen, das ihrem Geflügel Futter bringen sollte, stieß es mit den Füßen. Da lief und flog das Entlein über den Zaun. Die kleinen Vögel in den Büschen fuhren erschrocken in die Höhe. Das ist nur, weil ich so hässlich bin, dachte es und schloss die Augen, lief aber trotzdem weiter. Und dann kam es in das große Moor hinaus, wo die Wildenten wohnten. Hier saß es die ganze Nacht. Es war so müde und betrübt. Am Morgen flogen die Wildenten auf und da sahen sie den neuen Kameraden an. Was bist denn du für einer? fragten sie und das Entlein drehte sich nach allen Seiten und grüßte so gut es konnte. Du bist grundhässlich, sagten die Wildenten. Aber das kann uns ja einerlei sein, wenn du nicht in unsere Familie herein heiratest. Das arme Entlein, es dachte wirklich nicht daran, sich zu verheiraten, wenn es nur Erlaubnis bekäme, im Röhricht zu liegen und ein wenig Moorwasser zu trinken. Da lag es zwei ganze Tage. Dann kamen zwei wilde Gänse oder vielmehr Gänseriche dahin, denn es waren zwei Männchen. Es war noch nicht lange her, seit sie aus dem Ei gekrochen waren und deshalb gingen sie auch frisch drauf los. Hör einmal, Kamerad, sagten sie. Du bist so hässlich, dass ich dich wohl leiden mag. Willst du mitkommen und Zugvogel werden? Ganz hier in der Nähe in einem anderen Moor sind ein paar süße, reizende, wilde Gänse. Alles junge Damen, die Park sagen können. Die kannst du am Ende, da kannst du am Ende dein Glück machen, so hässlich du bist. Piff, paff! Er tönte es auf einmal über ihn und die beiden wilden Gänse lagen tot im Röhricht und das Wasser wurde blutrot. Piff, paff! Er tönte es abermals und ganze Scharen von wilden Gänsen flogen aus dem Röhricht auf und dann knallte es nochmals. Es war große Jagd. Die Jäger lagen rings um das Moor herum. Ja, einige saßen oben in den Zweigen der Bäume, die sich über das Moor hinausstreckten. Der blaue Rauch zog wie Wolken zwischen den dunklen Bäumen hinein und hing weit über dem Wasser. Durch den Morast kamen die Jagdhunde. Plitsch, platsch! Schilf und Röhricht neigte sich nach allen Seiten. Es war eine Angst für das arme Entlein. Es drehte den Kopf herum, um ihn unter den Flügel zu bergen. Und im selben Augenblick stand ein großer Hund dicht neben ihm. Die Zunge hing ihm lang aus dem Halse und die Augen funkelten ganz grässlich. Er sperrte das Maul nach dem Entlein auf, zeigte die scharfen Zähne. Und, platsch! Ging er wieder davon, ohne es zu packen. Ach Gott sei Dank, säufzte das Entlein. Ich bin so hässlich, dass selbst die Hunde mich nicht beißen mögen. Und dann lag es ganz still da, während die Hagelkörner durch das Röhricht sausten und Schuss auf Schuss knallte. Erst spät am Tage wurde es still, aber das arme Junge wagte noch nicht, sich aufzurichten. Es wartete noch mehrere Stunden. Ehe es sich umsah, und dann eilte es auf dem Moor heraus, so schnell es nur konnte. Es lief über Feld und Wiesen. Es wehte ein heftiger Sturm, dass es kaum von der Stelle kommen konnte. Gegen Abend erreichte es eine armselige kleine Bauernhütte. Die war so baufällig, dass sie selbst nicht wusste, nach welcher Seite sie fallen wollte. Und deswegen blieb sie stehen. Der Sturm umbrauste das Entlein so, dass sie sich auf den Schwanz setzen musste, um Widerstand leisten zu können. Und es wurde immer schlimmer. Da sah es, dass die Tür aus der einen Angel ausgehakt war und so schief hing, dass es durch eine Spalte in die Stube hineinschlüpfen konnte. Und das tat es. Hier wohnte eine alte Frau mit ihrem Kater und der Henne. Der Kater, den sie Söhnchen nannte, konnte einen Buckel machen und spinnen. Er stob auf Funken, aber dann musste man ihn gegen die Haare streicheln. Die Henne hatte ganz kurze Beine und daher wurde sie Kükleinkurzbein genannt. Sie legte brav Eier und die Frau liebte sie wie ihr eigenes Kind. Am Morgen bemerkte man sogleich das fremde Entlein und der Kater begann zu spinnen und die Henne zu glucken. Was ist denn das? sagte die Frau und sah sich um. Aber sie sah nicht gut und da glaubte sie dann, dass das Entlein eine fette Ente sei, die sie verirrt hatte. Das ist ja ein guter Fang, sagte sie. Nun kann ich Enteneier bekommen, wenn es nun nicht ein Enterich ist. Das müssen wir ausprobieren. Und dann wurde das Entlein drei Wochen auf Probe angenommen. Aber es kamen keine Eier und der Kater war her im Hause und die Henne war die Hausfrau. Und fortwährend sagten sie, wir sind die Welt, denn sie glaubten, dass sie die Hälfte seien und es war der allerbeste Teil. Das Entlein meinte, dass man auch eine andere Ansicht haben könnte. Aber das litt die Henne nicht. Kannst du Eier legen? sagte sie. Nein. Ja, dann halte gefährlich deinen Mund. Und der Kater sagte, kannst du einen krummen Buckel machen, Spinnen und Funken sprühen? Nein. Ja, dann musst du deine Meinung für dich behalten, wenn anständige Leute reden. Und das Entlein saß in der Ecke und war schrecklicher Laune. Da musste es an die frische Luft und an den Sonnenschein denken. Es bekam eine so wunderliche Lust auf dem Wasser zu schwimmen. Schließlich konnte er es sich nicht länger bezwingen und musste es der Henne sagen. Was fällt dir ein? sagte sie. Du hast nichts zu tun und darum fängst du zu grillen. Leg Eier oder Spinne, dann geht es vorüber. Aber es ist da so herrlich, auf dem Wasser zu schwimmen, sagte das Entlein. So herrlich, wenn er es einem über den Kopf zusammenschlägt und dann auf den Grund hinabzutauchen. Ja, das ist gewiss ein großes Vergnügen, sagte die Henne. Du bist wohl verrückt geworden? Frage den Kater. Er ist das klügste Geschöpf, das ich kenne. Ob er auf dem Wasser zu schwimmen oder hinabtauchen mag, von mir will ich gar nicht reden. Frage unsere Herrschaft selbst, die alte Frau, klüger als die ist niemand in der Welt. Glaubst du, dass sie Lust hat zu schwimmen und sich das Wasser über den Kopf zusammenschlagen zu lassen? Ihr versteht mich nicht, sagte das Entlein. Ja, wenn wir dich nicht verstehen, wer soll dich dann wohl verstehen? Nein, du willst doch wohl nicht klüger sein, als der Kater und die Frau, von mir gar nicht zu reden. Stell dich nicht so an, Kind, und danke deinem Schöpfer für alles Gute, was man für dich getan hat. Bist du nicht in eine warme Stube gekommen und hast du nicht einen Verkehr, von dem du etwas lernen kannst? Aber du bist ein Querkopf und es ist kein Pläsier, mit dir zu verkehren. Mir kannst du glauben, ich meine es nur gut mit dir. Ich sage dir Unannehmlichkeiten und daran soll man seine wahren Freunde erkennen. Sieh jetzt nur zu, dass du Eier legst und Spinnen und Funken sprühen lernst. Ich glaube, ich möchte in die weite Welt hinausgehen, sagte das Entlein. Ja, tu du das, sagte die Henne. Und dann ging das Entlein. Es schwamm auf dem Wasser umher und tauchte unter. Aber von allen Tieren wurde es wegen seiner Hässlichkeit übersehen. Nun brach der Herbst an. Die Blätter im Wald wurden gelb und braun. Der Wind erfasste sie, sodass sie umher tanzten. Und oben in der Luft sah es so kalt aus. Die Wolken hingen schwer herab, voll Hagel und Schneeflocken. Und auf dem Zaun saß der Rabe, der schrie. Au, au, voll lauter Kälte. Ja, man konnte förmlich frieren, wenn man nur daran dachte. Das arme Entlein hatte es wirklich nicht gut. Eines Abends, die Sonne ging so herrlich unter, kam ein großer Schwarm wunderschöner großer Vögel aus dem Gebüsch heraus. Das Entlein hatte nie so schöne Gesellen. Sie waren ganz blendend weiß, mit langen, geschmeidigen Hälsen. Und sie waren Schwäne. Sie gaben einen ganz sonderbaren Laut von sich, breiteten ihre prächtigen, langen Flügel aus und flogen dort und flogen fort. Aus den kalten Gegenden, nach wärmeren Ländern, nach offenen Seen. Sie stiegen so hoch, so hoch, dass dem hässlichen kleinen Entlein gar sonderlich zumute ward. Es drehte sich im Wasser herum, wie ein Rad, steckte den Hals nach ihnen aus, hoch in die Luft am Por und stieß einen so lauten und wunderlichen Schrei aus, dass ihm selbst dabei etwas bange wurde. Ach, es konnte die schönen Vögel, die glücklichen Vögel gar nicht vergessen. Und als es sie nicht mehr sehen konnte, tauchte es ganz auf den Grund hinab. Und als es wieder aufkam, war es förmlich außer sich. Es wusste nicht, wie die Vögel heißen. Nicht, wohin sie flogen. Und doch liebte es sie, wie es sie niemals jemanden geliebt hatte. Es beneidete sie durchaus nicht. Wie konnte es ihm auch wohl einfallen, sich eine solche Schönheit zu wünschen? Es wäre schon froh gewesen, wenn die Enten es nur unter sich geduldet hätten. Ja. Das arme, hässliche Tier. Und der Winter wurde so kalt. So kalt. Das Entlein musste im Wasser umherschwimmen, um zu verhindern, dass es ganz zu froh. Aber jede Nacht wurde das Loch, in dem es schwamm, enger und enger. Es fror, so dass die Eisdecke knackte. Das Entlein musste fortwährend die Beine gebrauchen, damit das Wasser sich nicht schloss. Zuletzt wurde es matt, lag ganz still und fror dann im Eis fest. Früh am Morgen kam ein Bauer. Er sah es, ging hinaus, schlug mit seinem Holzschuh, hol das Eis ein und trug das Entlein dann nach Hause, zu seiner Frau. Da wurde es wieder ins Leben zurückgerufen. Die Kinder wollten mit ihm spielen, aber das Entlein glaubte, dass sie ihm etwas zu leide tun wollten und fuhr vor Angst gerade in die Milchschüssel hinein, sodass die Milch in die Stube platschte. Die Frau schrie und schlug die Hände zusammen. Und da flog es in den Backtrog, in dem die Butter lag. Und dann in die Mehltonne hinein und wieder heraus. Nein, wie es aussah. Die Frau schrie und schlug mit der Feuerzange nach ihm und die Kinder rannten einander über den Haufen, um das Entlein zu fangen. Und sie lachten und schrien. Ein Glück war es, dass die Tür offen stand und es zwischen dem Gebüsch in den frisch gefallenen Schnee hinausflattern konnte. Da lag es fast besinnungslos. Aber es würde zu betrüblich sein, all das Elend und die Not zu erzählen, die das Entlein in dem harten Winter erdulden musste. Es lag im Moor zwischen dem Röhricht, als die Sonne wieder warm zu scheinen begann. Die Lärchen sangen, es war herrlicher Frühling. Da hob es auf einmal seine Schwingen. Sie brausten stärker als zuvor und trugen es kräftig von dann. Und ehe es sich versah, war es in einem großen Garten, wo die Apfelbäume in Blüten standen, wo die Syringen dufteten und in den langen grünen Zweigen bis zu den gebundenen Kanälen hinunterhingen. Ach, hier war es so schön, so lenzfrisch. Und gerade vor ihm aus dem Dickicht heraus kamen drei herrliche weiße Schwäne. Ihre Federn brausten und sie schwammen so leicht auf dem Wasser. Das Entlein kannte die prachtvollen Tiere und eine wunderliche Traurigkeit befehle es. Ich will zu ihnen hinfliegen, zu den königlichen Vögeln und sie werden mich totschlagen, weil ich, der ich so hässlich bin, mich ihnen wage zu nähern. Aber das ist mir einerlei, besser von ihnen getötet zu werden, als ich von den Enten zwicken, von den Hühnern picken, und von dem Mädchen, das sie in den Hühnerhof besorgt, mit Füßen treten zu lassen. Und es flog in das Wasser hinaus und schwamm auf die prachtvollen Schwäne zu. Die sahen aus und segelten mit ihren mit ihren brausenden Flügeln entgegen. Tötet mich nur, sagte das arme Tier und neigte den Kopf zur Wasserfläche hinunter und erwartete den Tod. Aber was sah es in dem klaren Wasser? Es sah sein eigenes Bild unter sich, aber es war kein plumper, schwarzer, hässlicher, garstiger Vogel mehr. Es war selbst ein Schwan. Es schadet nichts, in einem Entenhofe geboren zu sein, wenn man nur in einem Schwanen Ei gelegen hat. Es fühlte sich ordentlich froh über all die Not und die Widerwärtigkeiten, die es erduldet hatte. Jetzt wusste es erst recht, sein Glück und all die Schönheit zu schätzen, die es begrüßte. Und die großen Schwäne umschwammen es und streichelten es mit dem Schnabel. In den Garten kamen ein paar kleine Kinder, die warfen Brot und Korn in das Wasser. Das Kleinste rief, da ist ein Neuer. Und die anderen Kinder jubelten mit, ja, da ist ein Neuer gekommen. Und sie klatschten in die Hände und tanzten umher und liefen zu Vater und Mutter. Und es wurde Brot und Kuchen in das Wasser geworfen und alle sagten sie, der Neue ist der Schönste, so jung und so prächtig. Und die alten Schwäne verneigten sich vor ihm. Da fühlte er sich ganz beschämt, steckte den Kopf unter den Flügel und wusste selbst nicht, wie ihm war. Es war zu glücklich, aber gar nicht stolz, denn ein gutes Herz wird niemals stolz. Er dachte daran, wie er verfolgt und verhöhnt worden war und hörte nun alle sagen, dass er der Schönste von allen den schönen Vögeln sei. Und die Syringen bogen sich mit ihren Zweigen an das Wasser zu ihm hinab und die Sonne schien so warm und so gut. Da braussten seine Federn, der schlanke Hals hob sich und aus vollem Herzen jubelte er. Von so viel Glück habe ich mir nie träumen lassen, als das hässliche Entlein war. Ich hoffe, euch hat die kleine Vorlesestunde gefallen. Vielleicht kanntet ihr das Märchen, vielleicht auch nicht. Es ist jetzt eigentlich schon ein etwas Bekannteres, auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt weiß, dass es von Andersen ist, aber es zählt meiner Meinung nach schon zu den bekannteren Märchen. Gut, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir gerne eure Meinung, eure Gedanken zur vorliche Stunde, zu den Märchen, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich würde mich ja darüber freuen. Ich halte gespannt, womit es beim nächsten Mal weitergeht. Und bis dahin würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.